So, du startest die MyWorld App und zwar auf deinem Handy. Die meisten Sachen gehen aber auch auf dem PC so. Aber wir haben jetzt die App gestartet. Dieses Mal drücken wir unten rechts auf diese drei Punkte und kommen in ein spezielles Menü. Jetzt starten wir die App-Tour. So, einfach dort auf App-Tour drücken und dann einfach alles durchklicken und vor allem auch durchlesen. Dann wird dir die ganze App von A bis Z komplett neu erklärt. Also wenn jemand das erste Mal die App öffnet, dann kommt das auch ab. Die meisten Leute werden ja da einfach durchdrücken und das gar nicht lesen. Da verpasst man eben sehr, sehr viele Möglichkeiten und vor allem viele Tipps und Tricks, wie das Ganze funktioniert. Darum ist es wirklich sinnvoll, diese App-Tour irgendwann mal, vielleicht ein zweites oder drittes Mal nochmal zu starten. Interessant ist auch, diese App-Tour passt sich natürlich der App an, einerseits, also wenn die App auf einmal anders aussieht und andererseits vor allem auch, gibt es immer wieder neue Erkenntnisse und die fliessen natürlich in diese App-Tour rein. Also einfach App-Tour nochmal neu starten. Also einfach App-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour. Also einfach App-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-T